Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Rot-Weiß-Essen Dritte Liga 2022-2023, sechste Spieltag Bayreuth gegen Rot-Weiß-Essen, Ergebnis 1 zu 1 Startelf Bayreuth Kolpe, Weber, Kreis, Weber, Hämmerich, Leter, Griech, Nordenbäcker, Stockinger, Zeiteres, Mater, Stadtelf von Rot-Weiß-Essen Wein-Wenand, Römling, Herz-Herzenbach, Pastienes, Käfigker, Heber, Tren-Tanad, Eiselfeld, En-Ali-Jung, Engelmann Das war's von Bayreuth gegen Rot-Weiß-Essen Uhrzeit 16.50 Uhr Das war's von Bayreuth gegen Rot-Weiß-Essen